Meine Damen und Herren, und gerade kommt die Meldung rein, dass François Hollande, der französische Staatspräsident, Präsident Obama für diese Rede gelobt hat. Jetzt wollen wir mal gucken, ob Josef Bramel ihn auch lobt. Er ist von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Grüße Sie herzlich. Guten Tag. Also, Lob für Obama. Ja, ich denke, was wichtig ist, ist, was die Amerikaner antreibt. Und wenn die aus Frankreich Lob hören, zumal die Republikaner, dann fühlen sie sich in ihren Einschätzungen bestätigt, dass das ein Hirngespinst von uns Europäern ist, dieser Klimawandel, oder zumindest von Wissenschaftlern. Ja, also das heißt, I have a dream und endlich mal könnte vielleicht vom Baum gehen und Obama schafft das gar nicht? Obama hat jetzt, ja, durch den Exekutiverlass etwas getan, um nicht mit leeren Händen dazustehen im Dezember, wenn in Paris, wieder in Frankreich, der UN-Klimagipfel stattfindet. Er hat jetzt diesen Erlass getätigt, aber man muss wissen, wie Sie bereits eben deutlich gemacht haben, er kann durch die Gerichte herausgefordert werden, zumal auch durch die Einzelstaaten, aber auch durch seinen Nachfolger. Durch einen Federstrich kann dieser Erlass wieder weggewischt werden, wenn das Ganze nicht in Gesetzesform gegossen ist. Und da hat ja Obama das eine oder andere Mal in seiner Amtszeit schon einen Schiffbruch erlitten. Der Kongress hat ihn blockiert. Eben, warum tut er das dann, fragt man sich, nur um zumindest kurzzeitig nicht als Loser dazustehen, wenn er dann in Paris aufschlägt? Das und ja, es ist zumindest mal ein Signal und vielleicht gewinnt ja Hillary Clinton doch die Wahlen. Es besteht ja eine gute Chance, aber ich würde sagen, wenn einer der Republikaner zum Zug käme, dann wäre das passé und die Industrie, glaube ich, hält so lange aus. Aber wenn wir jetzt von Kohle reden, müssen wir auch wissen, dass die Kohle ohnehin schon unter Druck geraten ist durch das billige Gas in den USA. Die meiste Kohle wird von Amerika auch nach Deutschland verschifft und hier verstromt. Auch deswegen stehen die Amerikaner ein bisschen besser da in der Klimabilanz. Also haben wir demnächst auch solch eine Diskussion hier wieder, diese Kohle ja, Kohle nein? Ja, wir haben ja die Diskussion ohnehin schon durch die erneuerbaren Energien. Da meinen ja auch viele bei uns, würden die Lichter ausgehen. Bisher ist noch alles ruhig geblieben. Man darf hier das Gewicht vor allem der Öl- und Gasindustrie und auch der Kohleindustrie nicht unterschätzen. Die sind in den USA schon sehr lange am Start, haben sich auch vor der Rede Obamas schon seit Monaten Strategien ausgedacht, auch legislative Strategien. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und der mächtigste Mann der Welt ist eventuell doch nicht mächtig genug, das Klima zu retten, zumindest was den Ausstoß von Treibhausgasen aus den USA betrifft? Der mächtigste Mann der Welt ist seit 2010, 2011 mehr oder weniger blockiert in den meisten Bereichen, mit Ausnahme der Sicherheitspolitik. Und hier hat er einen größeren Deal gelandet mit dem Iran. Und wenn wir da über den Tellerrand der Atomgespräche hinaus blicken, müssen wir auch die Interessen zumal amerikanischer Öl-Industrien sehen, die hier mit dem Iran wieder ins Geschäft kommen wollen. Der Iran hat ja angekündigt, wenn die Sanktionen aufgehoben werden, ist das Fass Öl wieder für 20 Dollar und weniger zu haben. Dann braucht man gar keine Kohle mehr, ist ja auch ganz praktisch. Also ich sage das jetzt fast schon mit ein bisschen ironischem Unterton. Aber wenn wir uns die Bilanz mal auch anschauen von Barack Obama und jetzt diesen Versuch, vielleicht noch sich ins Geschichtsbuch der Welt einzutragen, wo kann er denn jetzt noch was reißen auf seine letzten, naja, ein Jahr und ein paar Monate? Obama hat bis 2010, 2011, bis er die Mehrheit im Kongress verloren hat, eigentlich Grandioses geleistet. Wenn man die massiven Probleme sieht, er hat ja den freien Fall der Wirtschaft aufhalten können, zumindest bis jetzt. Er hat die Gesundheitsreform durchgeboxt, was Hillary Clinton und vor allem seiner damaligen Frau Hillary Clinton, die war ja für viele Amerikaner schon der Präsident, bei dieser Reform nicht gelungen ist. Das heißt eine Jahrhundertreform, die auch in den Gerichtssälen Bestand hatte. Und seitdem ist er mehr oder weniger blockiert, mit Ausnahme der Sicherheitspolitik. Und hier wird er vielleicht noch ein bisschen mehr unternehmen. Er hat ja mit Kuba einen Deal hingekriegt, vielleicht auch mit dem Iran, falls die Sanktionen über den Kongress noch aufgehoben werden. Und ich glaube, das wird in den Geschichtsbüchern stehen bleiben. Aber nicht, dass die Kohlekraft abgeschafft wird in den USA? Nein, die wäre ohnehin schon massiv mit Problemen unter Druck, vor allem durch die billige Gasförderung in den USA. Dennoch, man sollte nichts unversucht lassen. Präsident Obama hat es versucht und Josef Braml lobt zwar, aber ist skeptisch. Herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Danke Ihnen.